Hey, mein Name ist Somit, ich bin Gründer und teile meine Learnings offen im Internet. Nach vielen Stationen von Agentur über Konzern bis Hyper-Growth-Silicon-Valley-Startup wollte ich mein Leben anders gestalten. Heute braucht es nicht mehr als Internet, um ein Business-Imperium aufzubauen, das unser Leben komplett verändert. Wir müssen nur den Laptop aufklappen und loslegen. Darum geht es im Minimal Empires Podcast. Herzlich willkommen zu Folge 2 vom Minimal Empires Podcast. Heute geht es um Ideenfindung. Ich habe ziemlich viele Nachrichten bekommen, sowohl nach Folge 1 als auch davor schon, von Leuten, die sagen, ich habe Bock, was zu starten, ich habe Bock, ein Nebeneinkommen aufzubauen, ich habe Bock, ein Side-Hustle zu starten, ich habe Bock zu gründen und es vielleicht zu meinem Vollzeitjob zu machen, aber ich habe keine Idee, ich brauche ein bisschen Hilfe bei der Ideenfindung, was gibt es so, was ist so möglich und so weiter. Darum geht es heute in Folge 2 von unserem kleinen, kleinen Blümchen von Podcast. Und bevor wir da reingehen, möchte ich ganz kurz auf den Podcast an sich eingehen. Zum einen Verfügbarkeit. Der Podcast Minimal Empires ist jetzt verfügbar so ziemlich auf allen Plattformen, Apple, Spotify, Google, Overcast, YouTube und wo auch immer man Podcasts hört, wenn es irgendeine Plattform gibt, die du vermisst, dann einfach Bescheid sagen und dann schaue ich mir das an. Aber das Zweite, was ich sagen wollte dazu, war Editing. Ich probiere mich noch aus, das ist mein erster Podcast und ich bin unsicher, was am besten funktioniert und so weiter. Da bin ich eben noch am Testen und am Lernen. In der ersten Folge war zum Beispiel das Video sehr, sehr schlecht. Die Videoqualität, das sollte jetzt viel besser sein, weil ich wieder auf die Tools zurückgreife, die ich schon kenne. Genauso das Editing an sich, also Intro-Editing, Lautstärke und so weiter. Da teste ich noch ein bisschen rum, deswegen verzeiht mir, wenn es nicht euren Ansprüchen genügt. Ich hoffe, dass bis Folge 5, spätestens bis Folge 10, habe ich den Trick raus und ihr kriegt die Qualität. Du kriegst die Qualität, die du verdienst bei diesem Podcast und auch, wenn du eine Video-Version davon schaust, auf YouTube oder auf Spotify. Okay, was haben wir noch? Feedback von Folge 1 hat mich extrem geflasht. Vielen, vielen Dank dafür. Also nur mal ein paar Statistiken oder auch Insights. Ich habe Folge 1 gelauncht. Ich habe ehrlich gesagt nicht viel erwartet, vielleicht ein oder zwei Nachrichten. Und ansonsten hat mich eigentlich nicht viel interessiert an Views oder Rankings oder irgendwie sowas, einfach weil so einen Podcast zu starten, genauso wie ein YouTube-Channel und so weiter, das dauert einfach. Da muss man einfach viel machen, viel Zeit reinstecken und regelmäßig Content posten und mit den Hörern oder den Zuschauern interagieren, um zu verstehen, okay, was sind so die Themen, die einen interessieren, bis es weitergeht. Das heißt, ich habe mich da echt auf eine lange Zeit eingestellt, bis der Podcast in irgendeiner Form eine Welle schlägt oder nach welchen Standards auch immer man ihn als erfolgreich bezeichnen könnte. Aber das Feedback nach Folge 1 hat mich komplett umgehauen. Also ich habe so viele Nachrichten auf Twitter bekommen, Tweets über den Podcast, wo ich komplett überrascht war, also wo Leute einfach geteilt haben, hey, ich finde den Podcast mega geil, erste Folge, freue mich auf die zweite. Ich habe nach, ich habe E-Mails bekommen, ich habe auf LinkedIn einen Haufen Leute gehabt, die mich angeschrieben haben, in WhatsApp, Facebook, auf Instagram wurde ich gated, wo ich gar nicht irgendwie, also ich habe da ein privates Profil, wo ich quasi nur für Freunde Sachen poste, private Sachen, also gar nicht irgendwie Content-mäßig unterwegs bin. und auf allen Kanälen wurde ich quasi angeschrieben damit. Der Podcast ist Nummer 1 in Deutschland auf Apple Podcast für Entrepreneurship und Platz, ich weiß es gerade nicht mehr, 16 für Business oder so und auf Spotify auch Platz 17 für Business in Deutschland. Das ist einfach absolut crazy. Deswegen erstmal vielen, vielen Dank für jeden und jede, die dem Podcast die erste Folge gehört und geteilt hat. Das freut mich extrem. Also das ist, es gab wirklich Situationen, wo die Leute so nette Sachen geschrieben haben, dass ich ein bisschen, wenn es noch ein bisschen weitergegangen wäre, wäre vielleicht eine Träne geflossen. Ja, so kann man es vielleicht sagen. Ich war sehr, sehr gerührt und ich habe es überhaupt nicht erwartet. Von dem her herzlichen Dank. Und wer quasi den Podcast supporten will, das Beste, was man aktuell machen kann, ist folgen, abonnieren auf der Plattform deiner Wahl. Und wenn man ihn weiterschickt und teilt, das hilft natürlich dem Podcast, aber im Idealfall ist der Content und die Folgen und die Topics genug Inspiration und Motivation oder auch Information für Leute, die gerne in diese Richtung starten würden, gründen, Side-Hustle, Nebenprojekt und so weiter, dass das auch ein Mehrwert für die Leute ist, denen es schickt. Von dem her vielen, vielen Dank nochmal für alle eingesendeten Nachrichten. Ich habe zuerst, zuerst wollte ich den Podcast zweiwöchentlich machen, aber nachdem ich so ein Feedback bekomme, habe ich gesagt, okay, das wird wöchentlich. Ich mache jeden Freitag eine Folge und Samstag kommt sie raus. Und genau das ist meine Challenge, das durchzuziehen. Aber ich, also da gibt es gar keine andere Möglichkeit nach dem Feedback. So, jetzt kommen wir zur Folge, zum Topic eigentlich. Also Ideen, Findung, was gibt es, was kann man machen? Im Endeffekt, was ich empfehlen würde, weil wir sprechen ja hier nicht von, ich baue ein Business auf, ich haue eine Idee auf ein paar Slide-Decks und dann gehe ich Kapital einsammeln von VCs, so wie man das gegebenenfalls kennt von Start-ups, sondern wir reden von einer ganz anderen Art, wie wir ein Unternehmen aufbauen oder ein Produkt bauen. Und zwar, das einzige Kapital, das wir reinstecken, ist unsere Zeit. Deine Zeit, meine Zeit, wenn es in so ein Projekt geht. Und das bedeutet, man muss die Skills selbst haben, um das zu machen, gegebenenfalls noch mit einem Co-Founder, mit einem Mitgründer oder Gründerin. Und man muss sich einen kleinen Scope aussuchen, den man tackelt. Man kann nicht einen Autobauer bauen auf diese Art oder sowas. Man muss sich auf eine ganz kleine Nische konzentrieren, die groß genug ist, um dein Leben zu verändern und vielleicht auch, dass der Mitarbeiter und deiner Familie bedeutet, im Sinne von, ist der Markt an potenziellen Kunden oder das Kuchenstück, das ich mir da rausschneiden kann, groß genug, dass da auch anständig Umsatz rumkommt. Und mit anständig meine ich eine halbe Million, eine Million im Jahr Umsatz, sodass auch ein Gewinn da ist, der hoffentlich dein Gehalt übersteigt am Ende des Tages. Und auf der anderen Seite nicht so groß, dass jeder Riesenplayer sieht, wenn du erfolgreich bist, okay, da gehen wir jetzt rein. Also ich mache mal ein Beispiel, Google Analytics zum Beispiel. Das ist for free von Google. Und es gibt genug Wettbewerber, die sind bootstrapped und das ist nicht kostenlos. Ich selbst bezahle für ein Analytics-Tool für die Webseite, das nicht kostenlos ist und weniger bietet als Google Analytics. Warum? Es ist simpler, es sieht besser aus, meiner Meinung nach. Es ist privacy-friendly. Man braucht keine Cookie-Banner oder irgendwas dafür. Die Privatsphäre von Usern wird komplett geschützt und oder respektiert und es ist alles gehostet in der EU. Und dafür bezahle ich Geld als Business-Owner sozusagen. Und das Verrückte ist aber, wenn man sich überlegt, dass die das überhaupt gestartet haben gegen Google und gegen einen kostenlosen Dienst wie Google Analytics, der ja mit Abstand am größten ist. Aber die finden ihre Nische an Leuten, die Privacy interessiert. Die finden ihre Nische an Leuten, die quasi gegen Google sind, mehr oder minder, oder die es einfach ein bisschen simpler haben wollen und nicht so over-engineert und ultra-kompliziert, wie Google Analytics mittlerweile geworden ist. Und die machen einen Haufen Kohle damit. Ich glaube, die sind mittlerweile über einer Million Annual Recurring Revenue. Ich kann es aber nicht 100% sagen gerade. Aber sie sind definitiv groß genug. Und es ist nicht nur einer. Das sind 5, 6 solche Firmen, die da rausgekommen sind. Und die konkurrieren natürlich untereinander. Aber die haben so eine David-gegen-Guliat-Situation gegen Google. Und das heißt, es ist ein Riesenmarkt an sich. Aber sie bedienen trotzdem eine kleine Nische davon, die eben nicht auf Google geht. Und auf der anderen Seite, wenn ihr euch eine Nische auswählt, die klein ist, sagen wir mal Radfahrer in Stuttgart, da wird kein Riesenplayer ein Konkurrenzprodukt hinstellen für Radfahrer in Stuttgart, weil der Markt einfach viel zu klein ist für so einen Player, der 500 Millionen im Jahr macht oder aufwärts, oder Milliarden. Deswegen nochmal, fokussiere dich auf eine Nische, die klein genug ist, dass kein großer Player da einfach reinkommt und dich überrollt, aber groß genug, dass es für dich jetzt mehr oder minder ein erfolgreiches Business werden kann vom Markt her. Also dass es genug Potenzial ist. Ich überlege gerade, was zu klein ist. Eine zu kleine Nische, das ist dann meistens lokal. Wenn du sagst, okay, ich baue jetzt eine coole Collaboration-App für die Bewohner meines Hauses. Das ist erstmal irrelevant, außer du machst es dann für alle Bewohner eines jeden Hauses, dann haben wir schon wieder ein größerer Markt. Aber okay, das war vielleicht ein blödes Beispiel. Ich komme gerade spontan auf nichts, was eine zu kleine Nische ist. Oder eine nicht zahlungskräftige Nische, das muss man auch sagen. Also wenn man Leute adressiert, die extreme Sparfüchse sind oder die nicht viel Kapital haben oder nicht viel Geld ausgeben oder ausgeben wollen und so weiter, dann kann da einfach kein Umsatz generiert werden. Also was Nischen betrifft, ich mache ein paar Beispiele. Jäger, Jäger in einer bestimmten Geografie, Hundehalter in Hamburg, Radfahrer in Stuttgart, habe ich schon gesagt, Indie-Hacker in Deutschland. Das ist übrigens die Nische, die ich mir ausgesucht habe für diesen Podcast, einfach weil ich selbst in der Nische bin. Da komme ich gleich drauf. Deutsche Urlauber auf Mallorca und so weiter. Ja, das sind alles solche Nischen. Und man kann die erstmal geografisch eingrenzen, man kann die nach dem Hobby oder was auch immer, dem Interesse, dem Themengebiet quasi eingrenzen und nach ein paar anderen Sachen. Kann auch Alter sein und so weiter. Und einige von diesen Kriterien, nachdem man sie eingrenzt, kann man nach und nach dann erweitern. Also zum Beispiel Parkett war am Anfang Aktientool für deutsche Comdirect-Kunden. Diese drei Eingrenzungen hatte ich quasi gemacht, als ich Parkett, das Portfolio-Tracking-Tool, das ich quasi aufbaue seit über zwei Jahren, das war die Nische, die ich mir ausgesucht hatte. Und dann habe ich das Comdirect entfernt und quasi alle Broker in Deutschland genommen. Dann habe ich statt Deutschland Österreich, Schweiz genommen, also deutschsprachig. Und so wurde die Nische langsam größer oder der Markt langsam größer. Jetzt sind es nicht nur Aktien. Jetzt sind es Zertifikate, ETFs, Fonds, Krypto, Cash und so weiter. Also so kann man die Nische dann ausbauen. Aber am Anfang ist es immer besser, ein Monopol in einer ultrakleinen Nische zu haben, als ein kleiner Fisch in einem Riesensee. Das ist aber ein Topic für eine ganz eigene Folge. Das ist eine, da kann man sehr viel diskutieren und es stimmt auch nicht immer. Aber meiner Meinung nach sollte man sich eine kleine Nische rausgucken, die man bedienen kann, wo es im Idealfall auch so gut wie keinen Konkurrenten gibt. Und wenn, dann weiß man, was man an Value hinzufügen kann, an Mehrwert gegenüber diesen Konkurrenten. Genau, dass man sich da so etwas Kleines raussucht. Und was auch extrem hilfreich ist in dieser ganzen Geschichte, ist, wenn man selbst Teil dieser Nische ist. Also du kannst dir überlegen, gibt es eine Szene, in der ich aktiv bin? Eine Bubble, ein Tribe, eine Community, was auch immer es ist oder wie man es nennt. Eine Gruppe an Leuten, die das gleiche Interesse verfolgen und die man eben so auf den verschiedenen Dimensionen und Kategorien runterbrechen kann. Skateboarder, hier bei mir lokal, bei diesem Skateboardpark oder was auch immer. Und wenn man Teil so einer Community schon ist, falls nicht, empfehle ich sehr, Teil einer zu werden. Wenn man schon Teil so einer Community ist, so einer Szene oder Bubble, dann hilft es extrem, wenn man sozusagen die Ohren spitzt und bei den regelmäßigen Treffen oder Austausch, offline, online, wo auch immer das ist, mal zuhört. Was sind denn die Pain Points? Über was beschweren sich die Leute die ganze Zeit? Und die Leute lieben es, sich zu beschweren. Und wo geht es am meisten ab? Wo ragen die drüber? Und da einfach mal genau hinhören. Was sind die Probleme? Und dann drüber nachdenken. Wie könnte ich das gegebenenfalls lösen? Noch gar nicht pitchen. Noch nichts darüber erzählen, dass man irgendwas plant oder so. Vor allem, wenn man neu in dem Tribe ist, dann kommt es gleich so rüber, als ob du irgendwas verkaufst. Überhaupt nicht. Also mit niemandem drüber reden, was du vorhast, sondern einfach nur verstehen, welche Pain Points gibt es in dieser Bubble. Und darüber nachdenken, nachfragen und so weiter. Da ist es auch wichtig, schon ein bisschen Validierung zu betreiben. Würden die dafür bezahlen, wenn es dafür eine Lösung gibt oder nicht? Würde ich dafür bezahlen, wenn es eine Lösung gibt? Im Idealfall ist es ein Pain Point, den man selber hat. Das heißt, Nische aussuchen und zuhören, was für Probleme da drin sind. Und wirklich rausfinden, was ist ein Nice to have und was ist wirklich ein Problem. Da kann man wahrscheinlich einige Beispiele nennen, auf jeden Fall in den verschiedenen Nischen. Ich habe selbst den Fehler auch schon häufig gemacht, dass ich was gebaut habe, wo Leute mir sagen, ja, das ist der übelste Pain, das nervt mich richtig. Und wenn ich es dann gebaut habe und sage, jetzt hier, Kreditkarte her, kauf die Lösung, doch nicht so ein großes Problem ist dann doch nicht. Ich mache es einfach so. Das ist die größte Gefahr. Und auch das validieren einer Idee, Folge für eine ganz eigene, sorry, das ist ein Topic für eine ganz eigene Folge, werden wir machen. Und genau, also solche Ideen, die gibt es die ganze Zeit, diese Opportunities, diese Chancen für ein neues Business, die prasseln die ganze Zeit auf uns ein, den ganzen Tag. Das Einzige, was uns fehlt, ist der Blick dafür, das zu verstehen. Und je mehr man in diese Gründer und Gründer-Entrepreneurschiene geht, desto eher hat man den Blick dafür. Mir ging es genauso, dass ich bis 2018 und so weiter kaum Ideen hatte und immer gedacht habe, ich würde schon mal gerne gründen, aber was soll ich machen und so weiter. Und heute ist es so, dass ich so viele Ideen habe, wo ich überzeugt bin, dass es für ein Side-Hustle oder Bootstrapping oder auch ein kleines Vollzeit-Business mit drei, vier Mitarbeitern, dass es höchst profitabel, sein kann und ich habe einfach nicht die Zeit, sie umzusetzen. Und ich werde in der Folge auf jeden Fall auch noch ein paar Ideen teilen. Manche sind einfach funny, wo ich es wirklich geil finde, wenn sie jemand umsetzen wird und andere sind ernsthaft, also sehr ernsthaft, die ich machen würde, hätte ich die Zeit dafür. Aber da kommen wir noch drauf. und zwei Bücher möchte ich euch dafür empfehlen. Ich packe die in die Shownotes beziehungsweise Beschreibungen des Videos und zwar The Millionaire Fastlane und The Great Red Race. Beide von DiMarco. Ich glaube, das ist Johnny DiMarco. Das sind extrem gute Bücher, die einfach mal zeigen, wie diese Journey verläuft und dieses Escape The Red Race oder The Great Red Race Escape ist, da geht es im Prinzip darum, wie du deinen 9-to-5, deinen sticknormalen Angestelltenjob, verlässt. Das wird in der Szene häufig bezeichnet oder im Unternehmertum als Hamsterrad. In dem Fall nennt er es Red Race, weil du im Prinzip dich so anstrengst und anstrengst und es geht einfach nicht weiter. Du wirst nie reich dadurch, du wirst nie Freiheiten erlangen und Red Race deswegen oder Hamsterrad deswegen, weil immer wenn du eine Gehaltserhöhung bekommst, erhöhst du deinen Lebensstandard, gibst quasi aus, was reinkommt und du wirst nie frei davon, weil du dann immer die nächste Beförderung brauchst, immer die nächste Beförderung, damit du wiederum deinen Status oder sonst irgendwas erhöhen kannst, weil du jetzt einen Benz fährst oder einen Porsche und die teuren Klamotten kaufst statt die günstigen und so weiter. Und aus diesem Hamsterrad raus ist eben Unternehmertum, weil viel mehr Upside da ist, aber vor allem auch finanzielle Bildung, dass du nicht Scheißdreck kaufst, der einfach nur Statussymbol ist, sondern dass du ein Delta zwischen Einkommen und Ausgaben schaffst, dass du investierst und dadurch Asset fütterst, die dich dann irgendwann freimachen. Aber das ist halt ultraschwer als Angestellter, weil das Kapital, das du reinstecken kannst, so gering ist im Vergleich zum Unternehmertum, wo du, wenn es erfolgreich ist, halt nicht 50.000 im Jahr verdienst oder 60.000 oder 70.000, sondern im Monat als Unternehmer. Und eine Kapitalgesellschaft gibt so viele Möglichkeiten, dass man als Angestellter überhaupt nicht realisiert, an Freiheiten und was man eben da drüber kaufen kann und investieren kann. Von Absätzen will ich gar nicht anfangen und so weiter. Übrigens ist nichts, was ich hier erzähle oder mache, eine Rechtsberatung oder eine Steuerberatung oder sonst irgendwas. Okay, ganz großer Disclaimer, alles pures Entertainment. Ich erzähle euch, wie ich es gemacht habe, aber ihr müsst mit den Experten sprechen, wenn es um solche Sachen geht und wir werden in zukünftigen Folgen auch noch um einiges mehr in solche Details reingehen. Wie auch immer, die zwei Bücher kann ich sehr, sehr empfehlen und vor allem die Millionaire Fastlane gibt es auch auf Deutsch. Und kurze, wie nennt man es, kurze Derail vom eigentlichen Topic. Ich habe 2018 mit diesem ganzen Topic angefangen. Ich war angestellt bei einem großen Konzern, mir war langweilig, ich war unterfordert, ich habe gedacht, ist, also ich saß wirklich einen Abend da und habe gedacht, ist meine ganze Kreativität und meine ganze Ambition, die ich in meiner Jugend hatte, in meinen Zwanzigern hatte sozusagen, ist die verloren und das Beste, was ich mir jetzt vorstellen kann, ist in diesem Konzern auf irgendein Leadership Level zu kommen? Ist das alles sozusagen? Also ich war da richtig so, das kann eigentlich nicht wahr sein. ist, ich will andere Freiheiten, ich will, und da werden wir auch noch in Zukunft genau drauf kommen, wie will ich mein Leben gestalten? Wie sieht ein Tag aus? Wie sieht der perfekte Tag aus? Und da habe ich einfach gemerkt, okay, ich habe größere Ambitionen und es gibt keinen Scheißgrund, warum ich die nicht erreichen sollte. Also nicht in diesem Job, nicht in keinem Job, sondern es gibt größere, bessere Dinge im Leben und bis ich es nicht probiert habe, und dabei auf die Schnauze gefallen bin und ich fünfmal versucht habe und es funktioniert nicht, kann mir keiner erzählen, dass ich es nicht schaffen könnte. Ich bin nicht dumm, ich habe einige Skills, die ein bisschen was bringen dabei, wie jeder Mensch und ich versuche das und da habe ich mich quasi entschlossen, okay, ich baue ein Nebenprojekt auf und fange das an und das hat mich in so eine Reise an Persönlichkeitsentwicklung gestoßen. Und da habe ich angefangen, Bücher zu lesen von finanzieller Bildung, Persönlichkeitsentwicklung, Leadership, Gründung und, und, und. Also sehr, sehr viele. Ich habe hunderte Bücher gewälzt seit 2018, davor übrigens so gut wie keine. Also das hat bei mir eine krasse Transformation ausgelöst. Worauf ich hinaus will, ist, diese Transformation, ich halte es für extrem wichtig, dass man seinen Partner da mitnimmt, weil man wird ein anderer Mensch durch sowas. und wenn man das nicht tut und ich habe das auch zu lange nicht getan, dann macht man das so nebenher, aber der Partner versteht irgendwann nicht mehr, warum man jetzt solche Sachen macht, Risiken eingeht, warum man gewisse Entscheidungen trifft, Sachen versucht und keinen Bock auf, also wenn es dann heißt, ja jeden Morgen um, keine Ahnung, sechs Uhr aufstehen, damit ich um sieben im Büro sitze, dann arbeite ich bis um 17 Uhr und dann komme ich nach Hause und that's it, freue mich jeden Tag, ich freue mich eigentlich die ganze Woche aufs Wochenende und dann habe ich zweimal im Jahr Urlaub und es ist einfach nicht das, was ich will. Und dass da so dann ein bisschen das Verständnis fehlt für diese größere Ambition und blablabla. Deswegen Partner mitzunehmen ist ultra wichtig. Ich habe das zu spät angefangen, meiner Frau quasi richtig zu erklären, so was ist mein Ziel für unsere Familie, was ist und ist es auch interessant für sie an sich beziehungsweise ich glaube schon, aber sie ist jetzt zum Beispiel keine, die Entrepreneurship für sich interessant findet, einfach weil nicht jeder ist der Mensch, der gründen möchte und es ist auch völlig okay, das ist auch überhaupt kein Problem, das muss jeder, also es ist wichtig, dass man das für sich weiß, aber mir war wichtig, dass wir ein gemeinsames Verständnis haben, wo soll es hingehen, selbst wenn ich die treibende Kraft bin in die Richtung und ich habe richtig Feuer und Motivation, um das zu machen. Das heißt, das ist gar kein Problem und meine Partnerin hat mich auch seit Tag 1 extrem krass unterstützt, anders geht es gar nicht, weil man einfach viel Opfer bringt, auch in so einer Reise. Jedenfalls habe ich ihr dann The Millionaire Fastlane auf Deutsch gekauft und einfach nur, damit sie ein bisschen Inspiration oder ja, Inspiration bekommt und ein bisschen Verständnis, was so in mir vorgeht und wo ich hin will und auch wenn das nicht so eine ganze Reise ersetzt, die ich durchgegangen bin, es gibt doch einen extrem guten Einblick von ich fange an als Angestellter und ich will woanders hin mit meinem Leben und da ist The Millionaire Fastlane und The Great Red Rail ist fantastisch und sie hat es gelesen, ich habe es gar nicht wirklich mitgekriegt, ich habe ihr das Buch gekauft, habe gesagt, ich empfehle dir, das mal zu lesen und dann lass uns mal drüber reden, so ein bisschen und auf einmal, also schon, wo sie irgendwo in der Mitte war, ist sie dann plötzlich zu mir gekommen und hat gesagt, somit ich würde mal mit dir gerne über eine Business-Idee sprechen und dann hat sie hat sie selbst Ideen entwickelt, Chancen gesehen, Möglichkeiten gesehen von Dingen, die sie, von Pain-Points, die sie quasi selber hatte, wo das in die Richtung geht und ich sage euch ein perfektes Beispiel, das man ganz häufig sieht, das ist dann nicht immer erfolgreich, aber das ist ganz häufig, wenn es Richtung Hochzeit geht, dann haben sehr viele Frauen so viele nervige Dinge zu tun oder tun sie einfach im Rahmen der Hochzeit, dass viele da dann ein Geschäft aufbauen danach oder bei Kinderkriegen ist es genau das Gleiche, die nervigen Sachen, die Pain-Points, die man da verspürt, da gibt es dann ganz viele Ideen, das zu lösen und da gibt es auch genug Businesses, die daraus entstehen, manche erfolgreich, manche nicht und genauso ist es, wenn ihr einfach mal irgendwas startet, aber da komme ich gleich drauf, also das war so die Story, ich wollte nur sagen, diese Bücher sind wirklich gut, holt sie euch auf jeden Fall, Links in der Videobeschreibung und wenn du dir keine Nische aussuchst, das muss man auch noch sagen, wenn du keine Nische aussuchst dann oder eine zu der du nicht gehörst auch, dann ist es sehr, sehr schwer zu wissen, wie erreichst du die Leute, die da drin sind, wo sind die, wie verkaufst du den, was für Pain-Points haben die, das finde ich einfach schwerer, das ist nicht unmöglich, aber es ist schwerer und die Langzeitmotivation aufrecht zu erhalten ist am besten, wenn du Teil dieser Nische bist. Das ist nicht eine generelle Regel, wie soll ich eine generelle Regel aufstellen, ich habe das auch nur eine Handvoll mal versucht und getan, aber und ich unterhalte mich natürlich sehr viel mit Gründern, aber ich glaube, es schadet nicht, Teil der Gruppe zu sein, also wenn man selber den Pain spürt, auch wenn man, wie jetzt bei Parkett zum Beispiel, dem Portfolio-Tracking-Tool, am Ende ein Tool baut, das sehr viel mehr kann, als man selbst gebraucht hätte, aber man fängt halt damit an und ja, dann mit der Zielgruppe reden, mit der Nische, mit der Audience, mit der Szene, so viel wie möglich und eben rausfinden und das andere, wo ich gerade kurz drauf gekommen bin, ist eben, dass man einfach mal was startet, irgendwas, völlig egal, du hast eine grobe Idee und dann fallen dir tausend Sachen ein, warum es nicht cool ist, dir fallen tausend Sachen ein, dir fallen sagen, vielleicht möchte ein Zielgruppe, Leute nicht kaufen oder ich habe nicht das Kapital oder ich habe nicht die Skills oder whatever, ignorier das, du hast immer tausend Gründe, es nicht zu tun, fang einfach an und während du es anfängst, wirst du in allem Pain-Points sehen, die dich stören, wo du denkst, kann man das nicht geiler lösen und das ist dann von von Gründen an sich, also der Prozess des Gründens in Deutschland, das ist von Ideenfindung, das ist zu Accounting, also Steuern und so weiter machen, Buchhaltung und so machen, das ist von Distribution, also Verkauf des eigentlichen Produkts und, 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 da wirst du so viele Probleme, Leute einstellen, diese ganze Administration des Geschäfts an sich, das natürlich mit wachsendem Geschäft sehr viel wichtiger wird, ist, ist ultra, ultra wichtig und ehrlich gesagt, das ist mit ein Grund, warum ich jetzt diesen Podcast gestartet habe oder warum ich überhaupt den Content immer auf Twitter und auf YouTube geteilt habe oder meine Reise geteilt habe mit allen Fehlern und, und Erfolgen und was funktioniert hat und nicht, ist, weil ich mir gewünscht habe, dass ich das selber hätte, als ich gestartet habe, weil einfach, vor allem die deutsche Community sehr klein ist, was das betrifft, ich war so mehr in der internationalen Community und, ich muss, ich muss viele Sachen sehr, sehr painful selbst rausfinden, inklusive ein Jahr ein Tool bauen, um danach zu merken, keine Sau kauft's und zu verstehen, was, was alles dafür notwendig ist und so weiter und da habe ich gesagt, okay, ich teile alles, ich habe sehr viel bekommen durch die Community, die internationale Community, sehr viel gelernt durch die und er konnte einige andere Fehler auf jeden Fall vermeiden und da will ich ein bisschen zurückgeben und deswegen gibt es, gibt es so ein bisschen diesen Podcast. Also, starte einfach mal etwas und guck, auf welche Probleme du stößt und es kann gut sein, dass du drei, vier, fünf Projekte erst mal startest, bis irgendwas abhebt, weil, das Produkt zu bauen ist halt nur eine Seite, ist halt vielleicht die Hälfte des eigentlichen Problems oder ein Drittel, weil Marketing und Sales, also überhaupt das Verkaufen ist halt noch viel, also es ist genauso, mindestens genauso wichtig und ich habe das lange ignoriert, das ignorieren alle Technical Founder so ein bisschen, Programmierer, weil die einfach, weil wir einfach starten und bauen möchten, aber dieses Build it and they will come, baue es einfach und dann kommen die schon, das gibt es nicht, das, es kann es geben, aber man kann sich sicher nicht darauf verlassen. So, ich möchte ein paar Ideen nennen als Inspiration, damit man vielleicht einen kleinen Schubs kriegt, wie man so ein bisschen darüber nachdenken kann. Vier Stück habe ich mir aufgeschrieben, wo ich gesagt habe, die teile ich mal mit euch und gebe ein bisschen Kontext drumherum. Nummer eins, was ich gerade eben gesagt habe, Business Administration, wenn man im Handelsregister oder IHK, ich weiß es gerade nicht mehr, sechs Monate nach Gründung, also sagen wir nach zwei Jahren, habe ich einen Handelsregister-Eintrag gebraucht. Ich glaube, es war ein Handelsregister-Eintrag. Nagelt mich nicht darauf fest. Da muss man sich da online registrieren. Und wenn du dich da online registrierst, dann steht irgendwann da, um die Registration abzuschließen und es ist kein Scheiß, bitte schicke ein Fax an die und die Nummer. Ich, ich bin 34, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Fax besessen und ich habe vielleicht viermal eins verschickt, als ich 20 war oder so irgendwo in der in der in der Altersstufe. Also absolut lächerlich, absolut die Dinosaurier-Steinzeit-Zeug online registrieren, um dann einen Fax zu verschicken. Das ist was, das ist das Zeug, wo ich einfach allergisch drauf bin. Jedenfalls musste ich dann dieses Fax verschicken. Er musste erst mal googeln, wie zur Hölle verschicke ich einen Fax? Ich kaufe mir sicher kein Faxgerät und ich kenne auch niemanden mit Faxgerät. Es gibt natürlich Drucker, also hier so Drucker, Druck-Centers und sowas, die wahrscheinlich einen Fax verschicken können. Jedenfalls habe ich einen Online-Dienst gefunden, wo du die Nummer eintippen kannst, lädst das Dokument irgendwie hoch, tippst die Nummer ein und dann kannst du das Fax quasi online verschicken. Also die haben vermutlich irgendwo ein Faxgerät stehen und schicken es oder whatever, wie auch immer das funktioniert. Und die Seite war absolut grottig. Das UI war grottig, es gab auch keine API und so weiter und ich habe gedacht, wenn es dieses Problem gibt, dass man noch auf Scale Faxe verschicken muss, also nicht nur der Somit Kuma, der das vielleicht alle 10 Jahre mal das Problem hat, hoffentlich, sondern dass Firmen wirklich auf Volumen noch Faxe verschicken müssen, dann würde ich so eine Seite bauen, die UI-technisch sehr, sehr, sehr viel ansprechend ist und die vor allem eine API hat. Das heißt, man kann programmatisch Faxe verschicken und dann wird halt einfach automatisch bezahlt pro versendetem Fax. 10 Cent, whatever. Und das Gute ist, es ist ein begrenzter Scope, das heißt, das kann man bauen und dann ist es fertig. Das ist nicht so eine Software, die nie fertig wird oder zumindest nicht so arg. Die kann dann irgendwann so im Maintenance-Mode nebenher laufen und dann läuft die einfach und man bekommt hoffentlich passives Einkommen. Das ist ein Buzzword, das ich nicht so oft rumschmeißen möchte, aber ich will damit sagen, man muss es nicht ständig weiterentwickeln, damit es Revenue erzeugt. Also der Aufwand sollte geringer werden, selbst wenn der Umsatz steigt. Finde ich an sich ganz cool. Ich habe das nicht recherchiert, wie viele Faxe noch verschicken würden heutzutage, aber das ist sowas. Ich bin da drauf gestoßen, während ich mein eigenes, während ich Parkett quasi gebaut habe und andere kleinere Projekte und habe gedacht, okay, da müsste ich den Markt researchen, da müsste ich ein bisschen Aufwand in die Recherche stecken. Aber es gibt Firmen, die nur das machen. Also denke ich, da gibt es definitiv was und ich könnte definitiv Mehrwert hinzufügen durch ein viel besseres UI und programmatisches, ansprechende Dinger. Okay, nächste Idee. Ihr seid Experte in irgendeiner Software. Muss auch keine Software sein, kann auch ein Tool sein, Hardware, irgendwas, was ihr kauft. Keine Ahnung, eine Herdplatte, eine Waschmaschine, aber in meinem Fall würde ich mich eher auf Software natürlich konzentrieren. Typische Beispiele sind PowerPoint, Excel und was auch immer. Aber es gibt tausend Beispiele. Ich würde eine kleine Software wählen, also eine neue Software. In meinem Bereich, ich bin halt im Tech-Bereich unterwegs, das heißt, bei mir wäre das sowas wie Linear, Superbase, vielleicht MongoDB, Off-Zero. Das mag den Programmierern unter euch was sagen, aber nicht allen, wie auch immer. Sucht eine Software, für die, die ihr gut kennt, die ihr im Idealfall täglich nutzt und wo ihr einfach die Feinheiten schon wisst oder sie recherchieren könnt. Und was auch noch gut wäre, ist, wenn die Dokumentation, die Webseite dieser Software einfach shit ist, die man nicht gern liest, die ist kompliziert oder es gibt keine Tutorials oder whatever. Und dann macht ihr im Internet auch in eurer Sprache die beste Seite, die es für dieses Tool gibt. So, dass es fast schon als offizielle Dokumentation gilt. Tutorials, Dokument, vielleicht Dokumentation, Videos, Seiten, was auch immer. So, dass ihr im Suchmaschinen-Ranking, wenn jemand sucht, zum Beispiel Linear, Linear ist ein Issue-Tracking, so wie Jira, was weiß ich, Linear-Issues automatisch zuweisen. Und dann kommen eure Artikel, nicht die Dokumentation oder so. Deswegen funktioniert es wirklich gut, wenn die Dokumentation schlecht ist. Das ist ein Content-Business. Da muss man nicht programmieren. Da kann man einfach losschreiben. Durch das, was man weiß, was man sowieso schon weiß und wo man natürlich durch so ein Projekt dann noch viel mehr lernt und dann einfach sein Wissen weitergibt und der de facto Standard wird für Informationen über dieses Produkt. Dann ist man ein Prime-Acquisition-Target, dass diese Firma euch irgendwann kauft oder euch die Seite wegkauft. Aber selbst wenn nicht, könnt ihr durch ein Affiliate-Programm mit der Firma oder stinknormale Werbung, die man einblendet, richtig anständig Umsatz und Gewinn machen. Das ist Idee 2. Das ist vor allem eine Idee, die ich selber gerne machen würde. Also wenn ich irgendwann in einer Richtung bin oder kapazitär quasi so weit, dass ich wieder was Neues anfangen kann, jetzt ist erstmal dieser Podcast dran, also Minimal Empires an sich, dann wäre das was, was ich auch gerne machen würde. Finde ich ziemlich cool. Muss man nicht programmieren. Idee Nummer 3, dafür muss man programmieren. Und zwar, und da wird es ein bisschen technisch, für jede Webseite, die man programmiert, heutzutage programmiert man eigentlich die Authentifizierung, also ich kann mich einloggen und registrieren, nicht mehr selbst. Wer es selbst macht, verschwendet seine Zeit. Dafür gibt es Services, Auth0, Superbase, Okta und noch einen Haufen andere. Es gibt auch Open-Source-Dinger. Ich bezahle lieber dafür, dass das alles gehostet ist, alles fertig ist, denn ich will mich auf das Bauen meines Produktes konzentrieren und nicht Probleme lösen, die schon lange gelöst wurden, wie Authentifizierung. Und für die bezahlt mein User auch nicht. Also das ist genauso wie Payments. Dann nehme ich fertige Lösungen. Und es ist vor allem extrem wichtig, dass es gut funktioniert, weil wenn du es versaust, dann leakst du die Daten deiner Kunden und dann bist du sowieso am Arsch. Deswegen, also Authentifizierung-Services würde ich immer andere nehmen und da gibt es welche, wie Auth0 oder Superbase oder noch ein paar andere. Aber was die alle nicht liefern, ist ein anständiges Analytics-Dashboard über die Audience, über deine Kunden. Das heißt, du baust eine Seite, ich nehme mal als Beispiel Paket, du baust eine Seite, du hast 150.000 registrierte Kunden oder User und deine Identifizierung-Software, die sagt dir nicht mal, wie viele monatliche Aktive hast du denn, die sich einloggen. Wie ist denn die Retention? Wann registriert sich jemand und wie lange loggen die sich ein, in welchem Intervall, also monatlich, täglich oder nur alle drei Monate und ab wann loggen sie sich nicht mehr ein? Also wie schnell fallen die ab und so weiter und da kann man oder welche Geräte benutzen die? Sind die überwiegend mobil oder nicht? Benutzen die überwiegend den Facebook-Login oder den Apple-Login oder den Login mit E-Mail und so weiter? Es gibt da immer ein paar Informationen, aber eigentlich muss man die sich immer selbst raussuchen und da gibt es einfach Möglichkeiten, das ganz, ganz easy zu machen. Ich verbinde das mit meinem, also wenn ich ein Kunde wäre, dann dieser Software, ich verbinde das mit dem Autofizierungs-Provider und boom, habe ich eine fette Analyse über meine Audience. Ihr seht, ich stehe auf Dashboards oder Dashboards zu bauen und gut und ich bin überzeugt, das würde 50.000, 60.000 im Monat Recurring Revenue machen. Würde ich bauen, hätte ich Zeit. Finde ich, finde ich ziemlich gut. Und dann machen wir noch was, was ihr vielleicht als lächerlich betrachtet, aber ich schwöre es euch, es funktioniert, weil es gibt es schon und es funktioniert. Wer von euch wohnt nahe eines Waldes oder nahe von Bäumen, wo man Sachen machen kann, die vielleicht nicht die Aufmerksamkeit der Nachbarn erregen, weil es wenig Nachbarn gibt? Fängt schon mal gut an. Also, schnappt euch eine coole DSLR, eine coole Kamera, legt ein paar Kabel dahin oder anständige Akkus, die ihr regelmäßig auflegt, aber am besten ist mit Kabel, bringt die Kamera an auf den Baum und baut so einen Futternapf oder kauft einen für Eichhörnchen oder ein Vogelhaus, was auch immer, wo man Eichhörnchenfutter gibt. Ihr wisst, was ich meine. Geht übrigens mit allen möglichen Tieren. Und dann müsst ihr so einen kleinen Automatismus darüber bauen, das ist ein bisschen Aufwand und dann fangt ihr an, das live zu streamen auf Twitch und zwar 24-7, never ending stream. Also, das Ding braucht Strom und Internet und es geht mit Kabeln dann, ja. Und immer wenn, auf Twitch gibt es die Möglichkeit, wenn man einen Stream schaut, sozusagen einen Tipp dazu lassen, wie ein Trinkgeld. Das kann von 5 bis 50 oder 500 Euro, ich weiß gar nicht, man kann dann da einen Haufen Zeug einstellen, ja, also ein Zuschauer kann quasi sagen, hier sind 10 Euro, ich finde geil, was du machst. Immer wenn jemand einen Euro-Betrag oder whatever, wenn jemand einen Tipp gibt, immer wenn jemand Geld zahlt, dann wird diese Futterbox automatisch, wirft Futter aus und je höher der Betrag ist, desto mehr Futter kommt da raus. Bedeutet immer, wenn jemand den Stream guckt und sagt, hier sind 10 Euro, dann kommt da Futter raus und im Idealfall kommen die Eichhörnchen an. Am besten macht das Ding noch irgendeinen Ton, damit die Tiere irgendwann checken, wenn der Ton da ist, gibt es Futter. Und das habe ich gesehen, dass das jemand auf einem Ententeich gemacht hat oder am Rand eines Ententeichs und da gab es 3000 gleichzeitige, also Leute, die das zu jeder gegebenen Zeit geguckt haben. 3000 und das ist pures passives Einkommen, wenn das Ding mal steht. Macht es mit Eichhörnchen, macht es mit Vögeln, macht es nicht mit einem Tiger, der kommt zu selten oder einem Wolf, aber kleine Tiere, die in Scharen kommen und die keine Einzelgänger sind. Hätte ich einen See hier oder würde ich nicht mitten in Hamburg wohnen, wo die Leute doof gucken, wenn ich eine Kamera auf den Baum setze und denke, ich würde ihre durchs Fenster filmen wollen, würde ich auch das probieren. Das finde ich, ich finde es eine absolut geniale Idee und es zeigt einfach, dass selbst wenn man denkt, fuck, das ist doch lächerlich, man, das ist doch absolut lächerlich. Es gibt einfach, du findest im Internet, vor allem wenn du international bist, zu jedem Topic eine Nische und die kannst du bedienen und ich weiß nicht, wer zu Hause sitzt und sich einen Livestream anguckt von Enten, die essen, aber ich meine, es gab im deutschen Free-TV jahrelang, wenn es, vielleicht gibt es immer noch, Deutschlands schönste Bahnstrecken und auch ich habe das, als ich 20 war, mal betrunken nachts eine Stunde geguckt. Also, es gibt, es gibt einfach alles Mögliche. Deswegen, nicht abtun, ausprobieren, gucken und das ist, also sowas ist jetzt nicht ultra viel Aufwand, um zu machen, außer vielleicht dieser Futter-Dispenser, aber gibt es sicher auch zu kaufen, aber man muss ein bisschen, man muss ein bisschen programmieren, damit es funktioniert, wenn man bei Twitch was bekommt, dann passiert es, aber ist mehr als möglich. Okay, ich hoffe, dass euch das ein bisschen einen Blick gegeben hat, was ist denn so möglich und was geht und wie kann man darüber nachdenken. Ich hoffe sehr, dass es euch auch inspiriert hat und dass es euch die Möglichkeit gibt oder dir die Möglichkeit gibt, da vielleicht ein bisschen auf eine andere Weise darüber nachzudenken. Die Bücher, die ich euch empfohlen habe, definitiv abchecken und wenn ihr noch andere Buchempfehlungen habt, was das betrifft und so weiter, dann schreibt mir gerne. Okay, ihr erreicht mich auf Twitter, auch da der Link in der Videobeschreibung und ich würde mich sehr freuen, was ihr davon haltet. Habt ihr eigene Ideen, da kann man auch gern darüber diskutieren oder mal sich austauschen. Interessiert mich extrem und wir werden in der zukünftigen Folge mal wieder darauf zurückkommen, ob, ja, was für andere Ideen da so entstanden sind oder was ausprobiert wurde, gefailt ist, erfolgreich war und, und, und. Übrigens, wegen dieser, das habe ich vergessen zu sagen, wegen dieser Best Content für eine Software und so weiter. Ihr habt es vielleicht mitgekriegt, vielleicht auch nicht, aber da gibt es einige, die das für Excel machen und für, ähm, für sowas wie, äh, PowerPoint oder SAP und so, aber da gibt es eine Dame, die mir besonders aufgefallen ist, die das auf TikTok macht für Excel und wer verbindet zur Hölle Excel mit TikTok? Aber die hat so viel Energie, die tanzt da rum und so weiter. Ich habe einige Interviews mit ihr gesehen, weil die ist ultra schnell, raketenmäßig erfolgreich geworden und ihre, ihre TikTok, ähm, Videos haben Millionen an Views. Da geht es nur um Excel-Tipps. Sie macht es halt auf eine, ähm, sehr unterhaltsame Art. Es geht nur um Excel-Tipps und ihr Produkt am Ende des Tages sind Excel-Kurse, die sie einfach, da nimmt sie einmal im Jahr einen auf oder alles halbe Jahr und dann verkauft sie sie über den Content und im Prinzip macht sie die ganze Zeit nur den Content. und der Content ist quasi ihr Marketing. Das heißt, ihre riesen Follower-Base von Millionen Followern mittlerweile ist quasi ihre, ist ihr Marketing. TikTok ist ihre Distribution und dann kommen Einzelpersonen und Businesses, die für ihr ganzes Team ihre Kurse kaufen und sie macht, kein Scheiß, 100.000 Dollar am Tag. Wie krank ist das einfach? Excel international, ich meine Excel hat Millionen von Kunden, das heißt, es ist einfach so eine riesen User-Base und sie hat durch ihre eigene Art das rüberzubringen und zu entertainen ein unfassbares Business aufgebaut, für das sie nicht acht Stunden am Tag hasseln muss. Ist für mich absolute Inspiration. Im Podcast, ich glaube Recode war das, war sie zu Gast und hat ein bisschen darüber erzählt. Ihr könnt sie auch googeln. Sie heißt, glaube ich, MissExcel wird sie genannt. MS.Excel, MissExcel. Die war ein bisschen in den Medien dadurch, weil sie halt so explodiert ist. Also es gibt unglaubliche Opportunities, unglaubliche Chancen, von denen der Ordone-Normalverbraucher, vor allem wenn man noch im Angestelltenverhältnis ist und so einen engen Tunnelblick hat, wo man denkt, nie im Leben. So, was ist das für ein Quatsch? Aber es geht einfach extrem viel. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg beim Finden eurer Idee und beim Starten. Wir haben viele Folgen noch vor uns, in denen wir über Validieren, Starten und, und, und sprechen. Wenn es bestimmte Themen gibt, die euch interessieren, auch dann schreibt mir auf Twitter, denn ich werde natürlich die Sachen adressieren, die euch am meisten interessieren, um loszulegen. Und in Folge 3 wird es um Tipps gehen, wie man einen Side-Hustle startet. Also, was muss ich beachten, um ein Nebenprojekt, neben meinem eigentlichen Hauptberuf, den ich Vollzeit oder Teilzeit mache, zu starten. Und da geht es darum, was ist das beste Environment dafür? Wie muss ich das mit meinem Arbeitgeber regeln? Was ist ein Legal-Setup, das ich brauche? Was sind so Dinge, die ich beachten muss, wenn ich das als Side-Hustle mache? Was für ein, wie sollte ich das Produkt bauen? Und so weiter. Und was für einen Impact hat es auf mein Privatleben? Blablabla. Da kann ich sehr viel dazu sagen, weil das habe ich sehr lange gemacht. Und das, darum wird es in Folge 3 gehen. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr die Folge ein bisschen teilt und eine Bewertung da lasst, wenn es euch gefällt. und natürlich folgt, um keine Episode zu verpassen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören uns nächsten Samstag. Bis dahin. Peace.